Und das war's! Ja, jetzt merkt er's! Jetzt merken sie, er ist geschafft! Der HC Sierr steigt in die Swiss League auf! Hallo, meine lieben Massport-Zuschauer. Ich bin Remo Giovenini. Und ja, ihr habt alle ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich nicht mitbekommen hätte, dass ich aufgestiegen bin. Aber mittlerweile habe ich es kapiert. Und ich glaube, wie man es hier sieht, haben es alle kapiert, dass wir gewonnen haben. Und jetzt kann ich es geniessen.